50 Atomkraftwerke sollen in der Bundesrepublik während der nächsten 10 Jahre errichtet werden. Jedes einzelne kann eine Millionenstadt mit Strom versorgen. 1985 soll in der Bundesrepublik... Weltzeit sind nun schon 355 Atomwerktüren in Betrieb und in Wagen. Nach dem Planziel an der Atomebühle am Tag sollen es mehr als 2000 sein. Die Bundesrepublik während der nächsten 10 Jahre errichtet werden. Die Bundesrepublik während der nächsten 10 Jahre errichtet werden. Die Vorräte am Reichstag, das aus einem Grenzflöscher Verbitoren gebraucht wird, sind zumindest so bekannt wie die Röhreserven. Die derzeit bekannten Iran-Verkäumen reiten geradeaus die schönen Besriebräumen bauen und die Verbitoren in der Beziehungzeit von 40 Jahren zu besorgen. pounden haben Lite Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017